Bienvenidos, herzlich willkommen bei Mr. Power Gaming. Hier mit einer weiteren Mod-Vorstellung der Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Es handelt sich dabei um 17 neue Mods, 2 neuen Karten und 2 Updates. Bevor wir jedoch ganz klar starten hier, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei ScaniaFreak, Max, Justin, Dirk, Florian und Virtineda für die Abos. Ganz ganz herzlichen Dank für euer Vertrauen und für euer Interesse. An diesem Kanal. Für alle die, die sich noch nicht dazu überwunden haben, das Abo dazulassen. Es ist gratis. Bitte abonniert es, wenn ihr keine weiteren Inhalte von diesem Kanal verpassen wollt. Wir schauen hier auf eine der neuen Karten, die heute herausgekommen ist. Und zwar ist das die Estancia São Carlos. Ist eine brasilianische Karte, die auf der Region der Gemeinde Chatei, Goiás, basiert. Wir machen mal ganz kurz einen Überflug. Also wir können sehen, dass die Felder ziemlich groß sind. Es ist eine Standardkarte. Wird herausgegeben von DH Modding. Die Größe des Downloads ist 122,21 MB in der Version 1.0. Und ist natürlich für alle Plattformen. Sehr schön finde ich auch, dass das Kartenende nicht so einfach abzusehen ist. Also es geht irgendwie bis in die Unendlichkeit, ob schon, dass wir hier uns schon am Kartenende befinden. Also hier können wir nicht mehr weiter gehen. Und trotzdem haben wir das Gefühl, wenn man drüber guckt, dass es trotzdem eine natürliche Umgebung ist. So, die Felder sind groß, sind in einer natürlichen Form, also keine quadratisch-praktisch-Gutfelder. Wir schauen uns gleich die Details an. Es ist keine flache Karte. Es gibt also hier ein Höhenprofil. Also hier sind wir weiter, hier ist es viel höher, als wenn wir hier weiter unten dann sind. Wir gehen nur ganz, ganz kurz auf die Details der Karte ein. Es würde natürlich den Rahmen sprengen, wenn wir über jede neue Karte, vor allem jetzt kommen dann sicher das öfter neue Karten raus, eine eingehende Führung machen durch die Karte und zwar während der Mod-Vorstellung. Das würden wir dann, falls Interesse besteht, also ich mache das auch nur bei ausgelesenen Karten, die mich persönlich interessieren, mache ich eine Map-Tour, um vielleicht ein Gefühl von dieser Karte zu geben. Wir schauen uns natürlich erstmal die Map an, die Karte an sich. Also ihr könnt sehen, es sind also sehr, sehr große Felder dabei. Wo starten wir, wenn wir im neuen Farmer-Modus starten? Dann haben wir hier unseren Hof und hier unser Feld, das Feld Nummer 7. Wir könnten auch die Straße, die Hauptstraße und die Nebenstraße hier dazukaufen, das ist Gemeindefläche. Das kleinste Feld, was zu haben ist, außer dem, was wir haben, also die Nummer 7, die ist klar. Das kleinste Feld ist Feld Nummer 15 mit einer Hektargröße von ca. 6,17 Hektar für die Parzelle. Das größte Feld ist selbstverständlich die Nummer 20, also 40,45 Hektar groß. Es sind insgesamt 26 Felder. Ich würde jetzt mal sagen, die sind alle eher im großen Bereich, also mittel oder groß, aber eher im großen Bereich für Standardkarten. Hier könnt ihr definitiv mal große Gefährte rausnehmen. Also auch mal kaufen, einen großen Drescher, vielleicht sogar zwei, um das Feld 20 bearbeiten zu können. Wir schauen uns mal die Verkaufssituation an, der Früchte und Produkten, die wir produzieren können. Also es ist für alle Früchte, Standardfrüchte und für alle Produkte, die wir herstellen können, durch die Produktionsketten Verkaufspunkte da. Das heißt also hier perfekt alles gut, bis auf sogar die Steine können verkauft werden. Hervorragend gemacht. Natürlich Mist und Gülle auch, da eine Biogasanlage auf der Karte mit verbaut ist. Ein paar Standardproduktionen sind schon verbaut auf der Karte. So ist die Schreinerei da, die Bäckerei ist da, die Traubenverarbeitung ist da, Sägewerk, die Molkerei, die Biogasanlage. Also das sind im Prinzip die sechs Produktionsstätten, die schon vorhanden sind. Verkaufsstationen gibt es auch einige. Und zwar haben wir zum einen hier den Supermarkt, das Lagerhaus 3, der Gesteinbrecher, die Kooperative, das Lagerhaus 2, der Ballenverkauf und das wären dann die Standardverkaufspunkte, die auf der Karte verbaut sind. Tiere sind keine verbaut, alles andere schauen wir uns gleich an. Wir gehen gleich zum Hof hin und schauen uns die einzelnen Geräte an. Dies hier ist unser Farmhaus. Das ist das, was zu unserer Farm gehört. Also wir haben hier zwei kleine Häuschen da stehen. Wir haben zwei Wassertömmchen da stehen. Die haben aber keine Funktion. Wir haben eine 3670er Messi, der zum Startangebot gehört. Dann haben wir einen Welker Ballenwagen hier stehen, auch zum Angebot gehören. Da haben wir hier einen Wasserturm, der können wir natürlich nutzen. Der ist natürlich da, um genutzt zu werden. Wir haben eine Tankstelle auf unserer Farm. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal zu einer Tankstelle fahren. Wir haben noch einen Brandner Anhänger da stehen. Der 24073 XXL. Dann haben wir einen zweiten Träger da stehen. Und zwar ist es der 8750, der Valtra. Wir haben ein Gewicht, das angehängt ist. Dann haben wir einen Agro-Masch, einen 5XL-Pflug hier stehen. Wir haben ein Schneidwerk für Getreide hier stehen, mit einem seinem entsprechenden Wagen. Wir haben auch sogar noch einen dritten Träger hier stehen, der zu uns gehört. Das ist der T6125 von New Holland. Dann haben wir hier eine Spritze stehen. Eine Seemaschine haben wir stehen. Ein Mais-Anbau, also ein Mais-Mähwerk ist hier. Wir haben den T560i von John Deere, der auch zu unserer Farm gehört. Des Weiteren gehört zu unserer Farm auch noch dieser Josskin. Weil wir hier Tiergehege haben. Und zwar haben wir hier das Schafsgehege für 60 Schafe. Das braucht Wasser, daher den Wasserhänger. Da haben wir unsere Werkstatt drin. Das gehört natürlich auch zu unserer Farm. Das gehört natürlich genauso dazu. Dann haben wir hier natürlich noch das Hühnergehege. Es ist also ein offenes Gelände hier. Hier kommt das Futter rein. Hier werden natürlich die Eier gespawnt. Da gibt es noch ein Gerät, das ich bisher nicht gesehen hatte. Und zwar haben wir hier auch noch mal einen Streuer. Also einen Kalk- oder Düngestreuer stehenden Amazone. Und haben noch eine Scheibenegge hier stehen, die wir natürlich dann auch korrekt nutzen können. Hier, das ist also unsere Farm. Hier auf dieser Karte typisch die Bodenbeschaffenheit mit dem zu erwartenden Rotton. Was man eigentlich sich so vorstellt in der Region Goyas in Brasilien. Also eine Karte, die ziemlich, sagen wir mal, kahl ist. Aber nicht im negativen Sinne, sondern wirklich ein bisschen passend zu der Region. Wahrscheinlich. Also, ja, schön. Es ist eine schöne Karte, sicher. Es ist natürlich nicht so detailliert ausdekoriert, wie das andere Karten sind. Aber wenn jemand das Südländliche sucht, dann ist er hier natürlich herzlich willkommen. Wir schauen uns mal den Aussaatkalender an und sehen, dass dieser komischerweise nicht angepasst worden ist. Denn im August, im August ist in Brasilien Winter. Na, in der Südhemisphäre. Also, das ist im Prinzip alles versetzt. Deswegen erstaunt mich, dass der Aussaatkalender, der Wachstumskalender nicht angepasst worden ist für die südliche Hemisphäre. Das hätte wahrscheinlich noch passieren müssen. Auf jeden Fall passt die Stimmung. Also, man hat irgendwie, wenn man sich eine Landschaft so in Brasilien vielleicht vorstellt, dann könnte das auf jeden Fall passen. Wunderbar. Dann machen wir weiter mit den Updates, die herausgekommen sind. Und zwar haben wir zum einen das Update für den Amazone Catros 6002. Dieser Mod kommt von NickelG. Download Größe 7,85 MB. Jetzt in der Version 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Scheibenecke hat das Update bekommen und der Change Log sagt, angepasste Work Area, angepasste Effekte und realistisches Gewicht. Das zweite Update kommt von Pisti und Vanquish 0.81 vom VSR Modding Sur Team. Die Mod heißt Platzierbare Rampe, hat eine Downloadgröße von 2,0 MB, ist jetzt in der Version 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Change Log sagt, dass zu diesem Pack eine kleine Rampe hinzugefügt worden ist. Wir kommen zu den neuen Mods. Und zwar heißt der erste neue Mod, den ich vorstellen darf, heißt einfacher Inspektor, kommt von JT Sage, Downloadgröße 24 KB, in der Version 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Dieser Inspektor zeigt, ein Hard Overlay mit verschiedenen Fahrzeugstatistiken, die Standard Eingabe Bindung ist Left, also Links Control, Links Alt und das und die neuen auf dem Nummern Bedienfeld, Zahlenfeld und dann sollten eigentlich diese Details über die Gerätschaften angezeigt werden. Aus irgendeinem Grund habe ich auch sogar versucht, diese Tastenkombination zu ändern. Bei mir passiert am Bildschirm überhaupt nicht, wenn ich diese Tastenverbindung bediene. Also überhaupt keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Vielleicht muss da noch ein Update nachkommen. Ich habe also keine Ahnung, warum das nicht geklappt hat bei mir. Aber ihr seht hier, das was die Mod enthält, könnt ihr jetzt in diesem Screenshot hier entnehmen. So, wir kommen zum ersten der Traktoren, die heute herausgekommen sind und zwar kommt die von Blauea, ist die John Deere 6M Series. Downloadgröße 46,44 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Serie mit drei verschiedenen Traktoren. Wir starten mit dem kleinsten in der Serie und zwar kommt dieser mit 144 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Diesel-Tankfüllmenge von 265 Litern, 19 Liter DEV, Maximalgeschwindigkeit 40 kmh und wiegt 5,2 Tonnen. Kostenpunkt 110.000 Euro. In der Konfiguration können wir einstellen, ob vorne ein Dreipunkt hinzugefügt werden soll. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredestein, Nokian und Trelleborg. Dann kann ein Frontladeanbau hinzugebaut werden. Motorenausführung haben wir die 61,30 mit 144 PS, die 61,40 mit 155 PS und zurück zu 130er Version. Bei den Felgenfarben kann natürlich ausgewählt werden zwischen Standard, Schwarz und Beige. Hier kann das Grenzzeichen natürlich hinzugefügt, respektive geändert werden. Dann haben wir eine mittlere Version und zwar kommt diese mit 161 PS, wird ebenso stufenlos geschaltet, hat eine Diesel-Tankfüllmenge von 265 Litern, 19 Liter DEV, Maximalgeschwindigkeit 40 kmh und einem Gewicht von 6,3 Tonnen. Der Preis hier 129.000 Euro. Bei den Konfigurationen haben wir überall ex-Eco dasselbe. Wir gehen daher auch nur die Motorenausführung durch. Und zwar haben wir wie gesagt den 61,45 mit 161 PS, den 61,55 mit 172 PS und dann wieder zurück zum 61,45. Alles andere bleibt genau dasselbe. Daher gehen wir gleich zum nächsten Modell. Und zwar ist das mit dem großen Chassis. Und zwar kommt dieser mit einer Leistung von 194 PS, wird stufenlos geschaltet, hat auch eine Diesel-Tankfüllmenge von 265 Litern, braucht auch 19 Liter DEV. Maximalgeschwindigkeit hier 50 kmh und wiegt 7,4 Tonnen. Der Preis 156.000 Euro. Auch hier ist alles dasselbe wie beim vorherigen Modell. Bei der Motorenausführung haben wir die 61,75 wie gesagt mit 194 PS und wir haben den 61,95er mit 216 PS. Endlich ist es hier, die nächste Mod, das AdBlue-Paket von Sperrgebiet. Downloadgröße 2,43 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Also wie wir hier an diesem HUD jetzt sehen können, haben wir hier einen zusätzlichen Balken bekommen und zwar diesen blauen hier. Das ist jetzt die Anzeige für das DEV. Also hier können wir dann sehen, ob wir DEV nachtanken müssen oder nicht. Dieses Pack bringt natürlich auch noch andere Sachen mit und zwar kommt zu diesem Paket natürlich auch noch mal diesen Hänger, den Thunder Creek Equipment. Und zwar hat dieser jetzt zwei Tanks eingebaut, also einmal für Diesel und einmal eben für DEV. Dann kommen die beiden Tanker hier. Da können sowohl wie gesagt Diesel oder auch DEV transportieren. Dazu kommt ein IBC Tank. Das ist dieser hier. Oder eben Kanister. Und zwar haben wir hier zwei Kapazitäten. Einmal in der 25 Liter und einmal in der 50 Liter Kapazität. Wir haben eine neue Mod von 82 Studio. Und zwar den TLX X52 Tipper. Downloadgröße 20,05 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kipper mit einem standardmäßigen Ladevolumen von 83 Kubikmeter, wiegt 9,1 Tonne, maximales Zuladegewicht von 65,4 Tonnen und kostet in dieser Variante hier 81.500 Euro. Bei der Konfiguration können wir festlegen, ob hier ein Anbau, ein Aufbau hinzugefügt werden soll, welcher dann die Kapazität auf 108,5 Kubikmeter anwachsen lässt oder auch sogar auf eine unrealistische Kapazität von 250 Kubikmeter. Dann haben wir noch die letzte Möglichkeit für die Forstwirtschaft. Das heißt, hier können Baumstämme reingelegt werden, können gestrappt werden, also niedergebunden werden und gut ist. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Phoenix, Bredestein und Lizard. Die Reifenvarianten gehe ich nicht alle durch, aber bitte einfach mal ganz klar alles durchgehend. Da gibt es verschiedenste Varianten in den verschiedensten Versionen. Extras können hinzugefügt werden, hier seitliche Sturzstangen, andere Details oder sogar beides. Beleuchtung kann auch zusätzlich hinzugefügt werden und zwar unten, oben oder beidseitig oder beides. Dann kann hinten nochmal eine Anhängerkupplung hinzugefügt werden und es kann natürlich noch eine Abdeckung hinzugefügt werden. Bei der Fahrtpalette haben wir die typische Studio 82 Palette, wie wir das schon beim TLX Truck gesehen haben. Also die genau selbe Palette hier, dasselbe bei der Abdeckung im Rahmen und bei der Felgenfarbe haben wir auch alles, plus noch die Chrom oder glänzenden Variationen. Natürlich kann auch hier das Kennzeichen hinzugefügt werden. Lizard FW360 heißt die neue Mod von Vanquish 081 vom VSR Modding Sur Team. Downloadgröße 2,78 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar dient dieses als Zusatzbeleuchtung bei Nachtfahrten oder wenn man zusätzliches Licht braucht. Dieses Teil schaut so aus, wiegt 100 Kilo, kostet 450 Euro und hier muss festgelegt werden, an welches Gewicht dies angebaut werden soll. Also wir haben hier Möglichkeiten vom ARKU 650, ARKU 1100, ARKU 1500, ARKU 1300. Dann haben wir die Surgewichte, die Pickup-Gewichte. Ich glaube, das sind alle die Standardgewichte, die im Spiel mit dabei sind. Hier können die dann zugebaut werden und dann sieht das dann eben so aus wie hier. Bei den Farbkonfigurationen haben wir die Standardpalette für die Hauptfarbe und bei der Designfarbe, welche es der obere Teil betrifft, haben wir auch die Standardpalette. Die nächste neue Mod heißt Massey Ferguson 7700 und zwar kommt diese von LS Agrar Ulle. Downloadgröße 15,89 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit 210 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 430 Liter, DEV 40 Liter, 50 kmh Maximalgeschwindigkeit, Gewicht 7,7 Tonnen und kostet 176.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Wredestein, Nokian und Trelleborg. Bei den Motorenausführungen haben wir die Möglichkeit zu wählen zwischen der 77 19 mit 210 PS, der 20 mit 225 PS, der 22 mit 240 PS, der 24 mit 260 PS und die 77 26 mit 280 PS. Bei den Hauptfarben haben wir die Möglichkeit zwischen Rot, Schwarz, Silber, Grün, Weiß und Kommunal. Die Designfarbe, welche die Zierstreifen betrifft, kann auch gewählt werden zwischen Rot, Schwarz, Silber, Grün, Weiß und Kommunal. Und bei den Felgenfarben haben wir die Standardpalette zur Auswahl und natürlich kann auch hier das No-Wan-Schild hinzugefügt oder auch geändert werden. Die Daman Profi-Class 7500 kommt von DTP Mario und Agri Dani. Downloadgröße 19,07 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt diese Spritzer mit einem Tank von 10.000 Liter entweder für Flüssigdünger oder Pflanzenschutzmittel. Wiegt 9 Tonnen, braucht 200 PS um bedient zu werden, hat eine Spannweite von 36 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 22 kmh und kostet 158.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT und Trellerborg. Reifenvarianten gibt es hier natürlich auch. Entweder Standard- oder Breitreifen oder natürlich hier wohl das korrekte, die Pflegebereifung. Bei der Hauptfarbe hat man die Standardpalette und bei der Felgenfarbe ebenso. Wir kommen zu diesem eigenen Baugewicht. Das kommt von LS Design, Downloadgröße 0,49 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Hier gibt es nicht viel zu sagen. Dieses Gewicht wiegt 1,1 Tonnen, kostet 500 Euro und kann farblich mit der Standardpalette bemalt werden. Wir kommen zu der nächsten Mod. Und zwar kommt diese von Schnippel Modding. Heißt Fendt Vario 500, Downloadgröße 20,8 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser kommt standardmäßig mit 124 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Diesel-Tankfüllmenge von 210 Litern, 23 Liter DEV, Maximalgeschwindigkeit 55 kmh, Gewicht 5,4 Tonnen und kostet in der Standardausführung 161.404 Euro. Hier gibt es einiges an Einstellungsmöglichkeiten. Wir fangen an mit den Reifenherstellern, welche gewählt werden können zwischen Michelin, Continental Meters, BKT, Wredestein, Nokian und Träderborg. Beim Design kann hier das Design geändert werden, auf Designline oder Standard. Dann kann entschieden werden, ob eine Rundumleuchte entweder links, rechts oder beidseitig hinzugefügt wird. Dann kann beim Kotflügel ausgewählt werden, ob da ein breiterer Kotflügel drauf soll. Bei der Ausstattung kann ausgewählt werden zwischen Power, Power Plus und Profi und Profi Plus. Das betrifft dann eigentlich das Interior, das heißt, dass in der Kabine einiges mehr an Bildschirmen da ist. Frontleiteranbau kann hinzugebaut werden von Quickie und Hauer. Motorenausführung haben wir die 512er mit 124 PS, die 513er mit 133 PS, die 514er mit 150 PS und die 516er mit 163 PS. Bei den Hauptfarben haben wir eine ziemlich große Fendt-Auswahl, also Fendt, Tannengrün, Neu und so weiter, verschiedenste Farben, die mit dem Fendt-Thema zusammenpassen. Und bei der Felgenfarbe haben wir das Fendt Rot, Weiß, Fendt Beige, Schwarz und Silber. Auch jener kann natürlich das Nummernschild hinzugefügt, respektive geändert werden. Wir kommen zu diesem niedlichen kleinen Anhänger, und zwar ist das der Eigenbau-Forst-Anhänger von Michael LS. Downloadgröße 1,09 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger mit einem Gewicht von 492 kg und einem Preis von 1.000 Euro. Bei der Hauptfarbe hat man eine sehr erweiterte Standardpalette mit verschiedenen Rohtönen oder so diesen Vintage-Tönen, die man auswählen kann. Bei der Felgenfarbe können wir aus der gleichen Palette auswählen. Das war es mit den Geräten. Also kommen wir jetzt zu den anderen Sachen, die hinzugekommen sind. Und zwar zum einen hier dieser Zaun mit diesem Tor. Kommt ebenfalls von Michael LS. Downloadgröße 1,09 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Natürlich zu finden im Baumenü unter Dekoration und Zäune kann dieser Zaun hingebaut werden. So und entweder natürlich das entsprechende Tor. Das ist ganz eine einfache und kleine, aber schöne Mod. Also hier kann man auf jeden Fall etwas damit anfangen. Dann kommen wir zu einer Mod, die finde ich faszinierend. Und zwar ist das das Big Bag Lager. Kommt von der Minderner. Downloadgröße 1,71 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Wie der Name schon sagt, hier in diesem Big Bag Lager können natürlich Big Bags reingeladen werden. Und zwar können diese einzeln, man muss sie genau wissen, wo man sich hinstellen muss, kann man die entsprechend einzeln rein und raus fahren, diese Abteilungen hier. Also hier. und können dann natürlich einzeln entsprechend beladen werden. Das war nicht sehr einfach zu finden, weil es in der Mod Beschreibung sagt, es ist unter Big Bags zu finden, was ich ein bisschen komisch fand. Also habe ich natürlich trotzdem weiter gesucht, habe dann unter den ganz vielen Dekorationen, die ich da habe, habe ich das Teil gefunden. Und zwar ist es das hier, 2.500 Euro zum Hinplatzieren und kostet 10 Euro pro Tag. Die nächste neue Mod heißt die Schlammgrube von OLF Modding. Downloadgröße 0,41 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies ist eine Güllegrube zur Lagerung von Gülle und Gärresten am Feldrand. Ist zu finden unter Silos, ist tatsächlich sehr klein zum Platzieren, also kann wirklich leicht an einen Feldrand hingebaut werden. Und dann kann man diesen Tank in der etwas ruhigeren Zeit mit der Gülle oder den Gärresten befüllen, damit man bei der nächsten Ausbringung nicht jedes Mal ganz zurückfahren muss, sondern hier am Feldrand eben Gülle oder entsprechend Gärreste gelagert hat. Kommen wir zu der Silageproduktion. Und zwar kommt dieser Mod von LSMT-Stefan. Downloadgröße 2,59 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies ist dieses Silo, das umgebaut worden ist in die Silageproduktion. Kostet 110.000 Euro und die täglichen Unterhaltskosten sind bei 120 Euro pro Tag. Diese Silageproduktion braucht, um heuer zu stellen, 1.000 Einheiten Gras und 50 Einheiten Stroh. Verarbeitet diese dann in Zyklen von 48 Zyklen pro Monat den Produktionskosten von ebenfalls 48 Euro pro Monat zu Heu, also Gras und Stroh ergibt Heu. Dann Gras wird 1 zu 1 umgewandelt dann zu Silage oder Häckselgut ebenso auch im Warstab 1 zu 1. Also hier können wir in diesem Silo können wir definitiv Heu, normale Gras-Silage oder Häckselgut-Silage herstellen. Das Praktische dabei ist, also im Prinzip in diesem Silo, dieses Silo kann sogar genutzt werden, um Mischrationen herzustellen. Denn dann nimmt man halt einfach ein bisschen Stroh raus, ein bisschen Heu raus oder Gras raus und natürlich entsprechend dann die Silage, wenn man hier mit dem Futtermischwagen drunter fährt. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese Bahnübergangs-Add-On und zwar kommt diese von Arrival, Downloadgröße 9KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieser Mod ändert das Verhalten von Bahnübergängen. Das Signal beginnt nun früher, die Schranken schließen sich aber nicht sofort. Erst nach einer kurzen Verzögerung schließen sich die Schranken, um ein sicheres Räumen des Bahnübergangs sicherzustellen. Die Schranken öffnen sich wieder, sobald der Zug den Bahnübergang verlassen hat. Die nächste neue Mod heißt Helferverwaltung kommt von Apueri, Downloadgröße 36KB in der Version 1.0 und ist auch nur für PC. PC und Mac. Mit diesem Mod können Sie die Helfernamen nach eigenen Wünschen anpassen. Die Anzahl und Namen der Helfer können im In-Gain-Hub angepasst werden. Shift-Links und die Taste Minus. Es können maximal 20 Helfer konfiguriert werden, die gleichmäßig auf Männer und Frauen aufgeteilt werden. Weiter können die Helferkosten etwas an die eigenen Wünsche angepasst werden. Achtung, hier ganz wichtig zu wissen, das Einstellungsmenü lässt sich nur öffnen, wenn gerade keine Helfer aktiv sind. Helfer werden beim Spielstart registriert. Also wenn wir hier gucken, Anzahl Helfer können geändert werden zwischen 6, 8 und so weiter bis zur Nummer 20. Der Grundpreis für die Helferstunde ist 1000 Euro, kann aber heruntergeschraubt oder hochgebracht werden. Also hier kann rumgeschraubt werden. Dann kann sogar ein Faktor hinzugefügt werden für Überstunden. Also das heißt, für Arbeiten ab 18 Uhr bis 22 Uhr oder eben dann Nachtarbeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr in der Früh. Hier kann auch ein zusätzlicher Helfer eingeschaltet werden, der, wenn du Pferde besitzt, das Pferd zweimal täglich bereitet. Einmal um 10 und einmal um 16 Uhr und das dann eben auch reinigt. Dann haben wir die zweite Option hier und hier können wir tatsächlich dann umstellen, welche Namen hier verwendet werden sollen. Wenn ich das jetzt sage, hier könnte hier einfach der eine heißen, Mr. Bauer. Er hat eine Beschränkung, also weit geht es nicht. Oder eben auch hier unten bei den Damen kann hier zum Beispiel gewählt werden. Zum Beispiel. Ja, da haben wir viele Sachen zur Auswahl. Nicht vergessen, damit das greift, das Spiel verlassen, neu starten und dann sollte es funktionieren. So, wir kommen zu der letzten neuen Mods und zwar ist dies der Kuhstahl 3.0 und zwar kommt dieser von 20 Millimeter Normandy. Das ist das Dutch Modding Incorporation mit der Downloadgröße von 8,83 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. und dieser Kuhstahl bedient 80 Kühe, beherbergt 80 Kühe. Ich habe hier versucht herauszufinden, ob der Ballen annimmt. Also die Heuballe hat funktioniert, die Strohballe nicht. Das heißt, hier muss das Stroh eingestreut werden und nimmt, wie gesagt, 80 Tiere auf. Wir kommen zu der letzten Mod, respektive der eingangs erwähnten zweiten Karte, die heute erschienen ist. Und zwar heißt diese Karte Umbreon Valley, kommt von Gamer Designs, Downloadgröße 128,35 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Willkommen im Umbreon-Tal, dieser Forstwirtschaftskarte, die in einer fiktiven Welt angesiedelt ist. Du kannst alle deine Produkte an einem Ort verkaufen, das schauen wir uns gleich im Detail an. Das ist die Karte, die ist fast ausschließlich für den Forstwirtschaft ausgelegt. Also es gibt hier ein Feld, das vorgepflügt ist. Das ist dieses hier unten. Nichts ist angebaut. Das ist also definitiv 100%ig für die Forstwirtschaft angelegt. Ist sehr schön gemacht, ist aber nicht mein Cup of Tea, also nicht mein Ding. Ich habe mit Forstwirtschaft überhaupt nichts am Hut. liegt mir gar nicht. Macht mir auch keinen Spaß. Also wir können hier sehen, das ist diese Karte hier. Wenn wir starten, haben wir diese Landstücke hier, die zu uns gehören. Hier ist unser Hof. Hier haben wir verschiedene Sachen noch stehen. Also ich gehe auch nicht sehr detailliert auf die Karte ein. Genau, hier ist unser Starthof. Das ist dieses Stück hier. Dann gehört uns dieses Forstwirtschaftsland hier. Und die umliegenden Bezirke und noch ein paar andere Flecken, die da sind. Das braune ist übrigens Sumpfgebiet. Also es gibt es zwei Sumpfflächen auch, die hier auf der Karte sind. Und wir haben zum Start Equipment gehörend einen Mack Truck. Und zwar den Powerliner. Dann haben wir den Fliegel Timber Runner, der zu uns gehört. Das ist auch gleich die Verkaufsstelle für das Holz. Also sehr praktisch. Haben wir gleich alles da. Dann haben wir den Rotner H21D und den Rotner F20D, der zu uns gehört. So, ja. Das ist eigentlich im Prinzip schon fast alles zu der Karte. Verkaufspunkte gibt es zwar für alle Früchte und fast alle Produktionen, aber es ist halt immer derselbe Punkt. Das ist der Sell-All-Punkt. Da gibt es nicht viel zu sagen zu, was die Standard-Landwirtschaft betrifft. Verbaut sind zwei Produktionen Städten und zwar zum einen die Schreinerei und das Sägewerk. Abladestationen gibt es das Wurzell, also Verkaufspunkt für Holz. Dann haben wir den Holz-Schnitzel- Verkaufspunkt, wie der Holz- Verkaufspunkt hier auch. Also es gibt verschiedenste Verkaufspunkte für Holz, für Baumstämme. Hier haben wir das Sell-All, hier kann alles verkauft werden und hier haben wir nochmal einen Schnitzel- Verkaufspunkt. Die Landflächen sind zum Teil gepaart, also hier zum Beispiel diese Fläche kann nicht einzeln gekauft werden, muss mit dieser zusammengekauft werden. Kostenpunkt hier 670.000 Euro, also die Preise sind ziemlich hoch, es sind natürlich auch ziemlich große Stücke. also das besessene Landstück, das hat 2,6 Hektaren und kostet 91.168 Euro. Ja, das ist im Prinzip schon alles, was es zu dieser Karte zu sagen gibt. Also ich werde hier mit großer Wahrscheinlichkeit nicht drauf spielen, also das ist nicht mein, das ist nicht meine Welt, aber für die, denen es Spaß macht, ähm, Holz zu bearbeiten, die sind natürlich hier zu Hause, hier wie gesagt noch einmal das Sumpfgebiet von oben, dann haben wir hier einen See, es gibt übrigens auch im Fluss gibt es eine Stelle, wo es Treib und Schwemmholz gibt, auch im Detail natürlich schön. Was ich schade finde, dass hier wirklich die Karte hier so abrupt endet, also man hat das Gefühl, es ist irgendwie eine Metallfläche. Finde ich ein bisschen schade, wenn man die anderen Karten gesehen hat, also zum Beispiel eben wie gesagt die Estancia, ähm, Schau Paolo, die ist ja definitiv bis zum, das Kartenende eingebunden mit der Umwelt, also das sieht eigentlich ganz cool aus, ganz gut aus da. Ja, so, das sind die Mods von heute, ganz ganz herzlichen Dank fürs dabei sein, fürs einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, falls ja, dann lasst mir doch gerne euren Daumen da, ähm, falls nein, dann kommentiert mir doch bitte in den Kommentaren, was ich besser machen kann. Für die, die nichts weiteres verpassen wollen, auf diesem Kanal bitte das Abo abholen und dann bedanke ich mich nochmal für die Aufmerksamkeit, ganz ganz herzlichen Dank nochmal fürs Einschalten. Ich wünsche einen schönen Tag, eine gute Woche und bis zum Dienstag, morgen Abend, haben wir einen Livestream, wieder voll der Onstream Farm mit unseren Oldtimer-Tracker. Dann bis morgen, ganz ganz herzlichen Dank nochmal, danke, tschüss und Adios.